Besser, schneller, fitter, weiter, gesünder und natürlich fitter mit der Natur. Wie genau du das erreichst in der heutigen Superboost-Episode des Vegan-Podcasts. Hallihallo, es ist wieder dein Christian, dein Mr. Broccoli. Wie gut geht es dir? Ja, ich hoffe doch hervorragend und du freust dich auf diese Super-Episode, denn heute gehen wir in die Natur. Du hörst vielleicht das Vogelzwitschern hier im Hintergrund. Ich bin wie immer in der Natur, ich liebe die Natur und es gibt dazu eben auch ein ganz, ganz klasse Buch. Und zwar heißt das Heilen mit der Kraft der Natur. Bei uns hier im Podcast geht es heute nicht um das Thema Heilen, sondern es geht darum, wie wir natürlich mit Hilfe der Kraft der Natur und mit Hilfe der, ich sag's mal, Tools und Hacks, die die Natur so bietet und die wir teilweise verlernt haben, wieder in unsere Kraft kommen, stärker werden können, besser werden können, fitter sein können, mehr Fokus, mehr Energie, mehr Lebensfreude haben können und natürlich eben auch, ja, gesünder und gesund sein können. Und dazu gibt es heute die besten Tipps und wie du kostenfrei an dieses Buch kommst, das erfährst du wie immer gegen Ende der Episode. Bleib also auf jeden Fall dran! Wir starten hier mit Hack Nummer 1 und all diese Dinge, die ich heute nenne, sind keine wirklichen Hacks, sie sind uralt und trotzdem sind sie halt in der heutigen Sicht fast ein Hack, denn wir haben ja sehr viel verlernt und der Hack Nummer 1 ist Wasser als Heilmittel beziehungsweise Wasser ist das Superfood schlechthin bekannt, schon aus der Antike und das zeigen die römischen Thermen oder die Schwitz- und Wannenbäder des Mittelalters. Warmes Wasser sorgt dafür, dass sich die Muskeln entspannen, es regt die Durchblutung an und erhöht die Körpertemperatur und dadurch aktivierst du nämlich im Körper Abwehrzellen und schüttest Hormone und Botenstoffe aus. Ja, eine andere Geschichte ist kaltes Wasser. Kaltes Wasser lindert Schmerzen und wirkt entzündungshemmend und der Kältereiz wirkt sich auf deinen gesamten Stoffwechsel aus. Und hier ein besonderer Hack, die Kombination nämlich von Heiß- und Kaltwasseranwendungen ist besonders effektiv. Wenn du nach einer heißen Dusche einen Ganzkörperguss mit kaltem Wasser machst, stärkst du dein Immunsystem und machst natürlich deinen Körper widerstandsfähiger. Dann gibt es hier einen besonderen Tipp hier aus dem Buch, der du vielleicht jetzt nicht unbedingt so sexy findest und zwar geht es um die Wirkung der Blutegel. Und in dem Buch wird deutlich gesagt, dass der Blutegel die Effektivität aller anderen konservativen, schmerzlindernden Therapien bei weitem übersteigt, vor allem in Geschichten der Kniegelenksarthrose. Und das Thema nennt sich Hydrotherapie und findet heute leider kaum mehr Anwendung. Dabei belegen unterschiedliche Studien ihre unterstützende Wirkung für andere Therapien. Also sie eignen sich gut zu ergänzenden Behandlungen von Schmerzen, Stress und Erschöpfung, Depression, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Schlafstörungen. Eine einfache Erklärung für Einschlafschwierigkeiten etwa sind kalte Füße. Und hier kann dir natürlich ein heißes Fußbad helfen, um bis zu 15 Minuten das Einschlafen zu beschleunigen. Ein weiterer wichtiger Vorteil der Wassertherapie ist überdies, dass die einzelnen Patienten viele ihrer Methoden individuell auf sich zuschneiden und selbst anwenden kann. Ja, Hack Nummer zwei und darüber haben wir auch schon sehr oft gesprochen, ist das Fasten. Und das kann natürlich ganz, ganz viel leisten, denn der Verzicht auf Nahrung kann dem Immunsystem helfen, zum Beispiel schneller zu werden oder eben auch gegebenenfalls Krankheiten zu bekämpfen. Das zeigt sich beispielsweise in der Appetitlosigkeit kranker Kinder. Und die Appetitlosigkeit dieser kranken Kinder ist eine ganz normale Reaktion auf die Bedürfnisse des Körpers. Denn der menschliche Körper ist darauf eingestellt, dass es auch Zeiten des Mangels gibt. Dass Nahrungsmittel praktisch jederzeit zur Verfügung stehen, ist ja erst seit ganz kurzem überhaupt Fakt und eher ungewöhnlich in unserer Entwicklungshistorie. Und das Überangebot an unserer Nahrung schadet dem Körper mehr als gelegentliches Fasten. Und du weißt ja, dass ich sehr, sehr oft intermittierendes Fasten mache, auch wenn es mir immer noch schwer fällt. Doch ich weiß eben, wie gut es für den Körper ist. Also, von diesem Hintergrund auch Bedenken, dass sich kleine Snacks als ungesund erweisen. Zwischenmahlzeiten setzen nämlich den Körper permanent unter Stress. Weil er ständig Insulin ausstürtet, hat er keine Zeit, sich zu regenerieren. Der Darm etwa braucht regelmäßig Rohphasen von 14 bis 16 Stunden. Diesem Bedürfnis trägt das Intermittierende Fasten Rechnung und du kannst natürlich hier das typische 16 zu 8 Modell anwenden, indem du zum Beispiel 14 bis 16 Stunden keinerlei Kalorien zu dir nimmst. Ja, ergänzend kannst du natürlich gelegentlich eine Heilfastenkur machen. Das heißt, dass du da dem Körper überhaupt über einen längeren Zeitraum den Entzug von Nahrung verwehrst sozusagen oder gibst, um dadurch dann schneller zu entgiften und neu zu regulieren. Denn während des Fastens produziert der Körper vermehrt Ketonkörper, die das Gehirn ernähren und entzündungshemmend wirken. Zudem unterstützt Fasten die Autophagie einen Reparaturprozess in der Zelle. Und schließlich hat es starke physische Auswirkungen. Die meisten Fasten sind nämlich gut gestimmt, fühlen sich glücklich und zufrieden. Das liegt eben daran, dass das Gehirn verstärkt Serotonin ausschüttet und der Körper mehr Endorphine produziert. Äußerst positiv wirkt sich Fasten bei anderen Patienten aus. Also von daher, check das mal aus und du wirst da mit Sicherheit Vorteile ziehen. Hecke Nummer 3 ist das Essen als Schlüssel zur Gesundheit. Und die Ernährung ist natürlich von zentraler Bedeutung für unsere Gesundheit. Mehr als die Hälfte aller chronischen Krankheiten sind auf falsche Ernährung zurückzuführen, schreibt zumindest hier der Autor von dem Buch. Und das ist auch die Folge von einer übermäßigen Kalorienzufuhr für den Stoffwechsel. Und da musst du eben ganz klar darauf achten, dass du eben natürlich dich gesund ernährst. Viele Episoden zur gesunden Ernährung hatten wir schon hier auf dem Podcast. Und halte dich wirklich an weniger Ernährung, dafür hochwertiger. Es gibt auch dieses Buch, Wir fressen uns zu Tode. Auch dieses Buch verlinke ich dir natürlich in den Shownotes. Und dementsprechend kannst du dich da einlesen, was das ganze Thema Ernährung für eine Rolle spielt. Und ein Tipp hier, ganz kurz, auch aus meiner Erfahrung. Es macht keinen Sinn, sich schlecht zu ernähren und danach dagegen eine Tablette einzuwerfen, die irgendwie Multivitamine enthält oder irgendwie ein grünes Pulver enthält und du dadurch denkst, du hättest dann deine Ernährung gerettet. Ja und Hack Nummer 4 und damit der letzte Hack für heute. Nächste Woche geht es weiter, ist der Bewegungshack. Bewegung, das A und O eines gesunden Lebens. Bereits letzte Woche hatten wir über Sitzen ist das neue Rauchen gesprochen. Und all das hier ist ganz klar, dass die fehlende Bewegung eines der krankheitsfördernden Symptome generell ist. Also von daher, such dir eine körperliche Aktivität, die dir Spaß macht und guttun. Es muss kein Höchstleistungssport sein. Bereits regelmäßiges Spazieren gehen, Treppen steigen oder Fahrrad fahren. Natürlich am besten in der Natur und nicht im abgeschlossenen Raum im Studio stärkt dein Körper. Du fühlst dich fitter, du fühlst dich entspannter und bist besser gelaunt. Also das kann ich absolut bestätigen und für mich ist es immer elementar rauszugehen. Fahrrad zu fahren, gerade jetzt im Frühjahr und im Sommer, das ist absolut cool. Und ich kann dir noch einen Tipp geben. Ideal ist es, wenn du versuchst Ausdauersport, Kraft und Koordinationstraining zu kombinieren und außerdem versuchst, wie letzte Woche schon angesprochen, wenig Tätigkeiten im Sitzen durchzuführen. Also Besprechungen können zum Beispiel auch im Stehen oder Gehen stattfinden und das wird sich definitiv positiv auf deine Gesundheit und auf deine Leistungsfähigkeit auswirken. Ja, wie bekommst du jetzt das Buch? Du kannst entweder eine Buchzusammenfassung unter christianwenzel.com slash abstrakt holen, Link dafür immer in den Shownotes. Dort machst du dir drei Tage einen kostenfreien Account bei GetAbstract oder du hörst dir das ganze Buch als Audible Hörbuch an auf christian-wenzel.com slash audible. Dort bekommst du, wenn du einen neuen Account machst, das komplette Buch geschenkt. Und du musst den Account auch nicht verlängern. In diesem Sinne wünsche ich dir auch dieses Mal natürlich wieder Stay Healthy, Stay Vegan, Eat Your Broccoli. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, sei doch so lieb. Hinterlasse eine Rezension, eine 5-Sterne-Rezension in iTunes. Denn nur das hilft uns, dass dieser Podcast noch viel bekannter wird. Und du tust damit heute wieder eine gute Tat. Eine gute Tat am Tag. Rettet deinen Tag. Das wünsche ich dir in diesem Sinne alles, alles Liebe. Dein Christian. Beginne mit deiner veganen Ernährungsumstellung. Wusstest du, dass es eine Wissenschaft für die perfekte vegane Fitnessernährung gibt? Damit kannst du besser aussehen, eine schönere Haut haben, gesünder und stärker sein, Fett abbauen und du musst dazu auf nichts verzichten. Wir haben über 5 Jahre die wissenschaftlich basierten Schlüsselfaktoren einer nachhaltigen, gesunden und vollwertigen Ernährung analysiert und auf den Fitness-Lifestyle angepasst. Sichere dir jetzt dein Gratis-System und erspare dir mühsames Ausprobieren. Jetzt unter vegan-athletes.com. Slash vegan-start Slash vegan-start Slash vegan-start Slash vegan-start Slash vegan-start Slash vegan-starten